Hallo, hier ist Liha zu Summ 4 und zwar heute wieder mit einem neuen Video zu einem Wumms-Song, denn Wumms, der Kanal, Wumms hat heute einen neuen Song rausgebracht und zwar passend zum aktuellen Thema, beziehungsweise die machen ja immer sportbezogene Songs und was ist das einzige, was man da wirklich gerade aktuell machen kann, richtig Corona und so kam es auch, Wumms hat einen Corona-Song hochgeladen, im Wesentlichen ist es witzig, halt drüber lustig gemacht, über irgendwie ein paar übliche Wumms-Sachen, sowas wie außerweise Juan Bernard Nichtschulz, was ja damals mal, ich glaube von Uli Hoeneß gesagt wurde oder von, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht von wem und dann sowas wie, es werden Hamsterkäufe angesprochen, es werden Klopapier, diese Stay-at-home-Challenge, wo Leute zu Hause mit Klopapier jongliert, sowas wird reingeschritten von Ramos, irgendwie dann noch so ein paar Sachen, dass man sich irgendwie die Hände waschen soll, also man kann vielleicht, wenn man will, was tatsächlich eine richtige Message daraus ziehen, aber eigentlich ist es ja mehr auf Comedy angelegt, das soll ja mehr lustig sein und ich weiß nicht, das trifft es auf jeden Fall ganz gut, kann man schmunzeln, wenn man sich das kurz anguckt, eigentlich Wumms-Songs sind ja immer gut, auch dieses Mal, ich glaube es war nicht von irgendeinem originellen Lied, irgendwie der Beat oder die Melodie, sondern, ich weiß nicht, selber gemacht oder so, vielleicht kennt ihr es einfach nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt, das war es von mir, wenn es dir gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal und ciao. Bis zum nächsten Mal.